ja leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge warframe heute zusammen mit futur marcus der noch lädt und crusher wow crusher hat sogar ein ding dabei so ein komisches vieh ja coole sache ja wir spielen heute den alarm mal auf venus ich kann gleich mal dazu sagen nicht wundern ich habe jetzt gerade wieder neue waffen zusammengebaut das heißt ich spiele hier immer noch meine stran level 26 weiter nach oben dann habe ich dabei die jetzt noch ohne rang sind weiß er die erste runde spielte habe ich gerade das gebaut und dann habe ich dabei den bow den ich auch gerade erst gebaut habe und der jetzt auch wieder keinen rang hat so was müssen wir jetzt eigentlich machen keine ahnung du bist doch hier immer der wo ahnung hat was das hier für eine mission ist auch verteidigung weil die nun ja quatsch das spiel schon länger oder ich habe es früher mal ein bisschen gespielt und jetzt nach längerer pause immer wieder ja weil wir das komische ding da hast oder schaden von dem bau ist richtig schwach dreckswaffe das war ja auch nicht achten wir uns also morgen kommt ja auch noch neulich nicht aber jetzt leider hier schon ein bisschen okay und das war immer noch im raumschiff doch nicht achten wir noch im raumschiff er hat sich die konzentriere aber beide beiden brotten erstes level ab da erkennt man auch dass der bau nichts hochleveliges sein kann wenn er so schnell der Welt ja zumindest Welle 1 ohne großen Schaden beendet das sind noch Gegner er ist sie in die Selle weit freund boah ich hab 46 Schaltkreise gefunden ich bin richtig zufrieden alter dieser bau tötet einfach nichts hast du mit zusammengebaut ja ich will ja alle Waffen auf 30 hoch spielen also muss ich auch die Dreckswaffen auf 30 hoch spielen ich wusste ja dass der scheiße ist aber dass das so scheiße ist ich brauch zwölf Schläge um so ein Level 13 der Gegner zu töten aber naja ihr haltet das schon und ich boxe halt ein bisschen dahinten die Feinde ein bisschen so kriegen wir schon in dich hin eben es hat keine Hochleveler geben es hier und ist ja eigentlich ganz entspannt glaub die sind mittel höher er ist da oben ja der ist da oben auf dem Balkon das ist so eine scheiß drohende aber ich hab sie grad leider ich hab mich direkt wieder runter gesprengt hab sie ja jetzt bin ich auch hier hochgegangen naja so Markus wie sieht es bei dir aus du bist gar nicht mehr in der Gruppe echt ja da kann ja auch nichts passieren ich hab mich mal in die Gruppe eingeladen ne er kann doch nachschauen nochmal ja eben macht er grad jetzt komm ich wow Personfertigkeit 2 ja jetzt können wir die Glattrib auch mal gebrauchen ja ich mach einfach ne Ulti und dann warst du das hier da ist von der Verneben vier Gegner von der Ruhe ja ja ich hab die Ulti direkt raus die müsste dich direkt befreit haben glaube ich oder ne die waren immer noch alle daneben ja ok dann waren die zu weit weg von mir aber ich bin schon weggehüpft irgendwo anders hin ich finde aber durch das Update sieht die Energie jetzt irgendwie ziemlich geil aus weil die Energie haben es ja überarbeitet und das Leben durch das Update das kann ich wieder ein neues Update raus ja ja gut 600 MB was die Karton geladen haben es war auch ein großes Update und ich glaub 4,5 Hotfix die in den letzten Tagen rauskamen werde besiegt ja die Energiekugeln sind jetzt schöner aus sie sind jetzt nicht mehr so rund die Energiekugeln ja eben sag ich ja die sind ja jetzt halt dieses Sternchen da ja die Polygon ist das was ich gemeint hatte und schon wieder mit meinem Bowl Level 2 geworden ich sollte vielleicht auch mal die Pistole ausprobieren mit der hab ich bisher noch keinen einzigen Schuss gemacht für mich braucht äh Sekundärkills ich weiß nicht mal was meine Mission ist oh ich muss eine Konsole hacken das könnte in einer Verteidigungsmission schwierig werden das ist aber dann auch behindert ja 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 das ist schon länger da ja ich gucke nicht immer drauf da stand sogar unten rechts 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 ein Größte da Markus ist der Grund beigedreht ja drückend wo sind die schon wieder ach sind das mini gelben kugeln ja so einen von den dingern habe ich weil ich renne dauernd rein deswegen den anderen habe ich auch es war meiner nein es war meiner meine meine das kann man weiß dafür hier ein habe ich noch tot werde besiegt meine pistole ist schon rang 2 und ich habe immer noch null schuss mit ihr gemacht so einmal aufgeräumt wie viel leben hast du 620 und schild 870 ja ich habe 930 und 580 also auch ungefähr genauso viel zusammen stimmt das habe ich am ende noch gar nicht gesagt wir schmieden jetzt unsere mods zusammen weil das nämlich ein erheblicher vorteil ist ihr seht es ja oben die werte sind nicht erreicht durch leveln sondern die werte sind erreicht durch mods durch umlenkung die ich zusammen fusioniert habe mit ein paar fusion kernen und vitalität und wenn ich jetzt da meinen bau noch ein bisschen hoch level kann ich da auch wieder ein hochgelevelten mod von mir ein machen der mir plus 100 angriffs schaden für nachkampf attacken gibt aber dafür muss er glaube ich erst einmal 5 oder 6 werden also da oben ist er irgend einer noch eher ich versuche das schon noch zu kommen die er habe ich nicht mehr hoch markus hat das spiel verlassen nö hatte nicht das sagt dass alle es klar hast du dann unten noch weiter links ein scheiß habe ich nein das steht ja nicht was schon nur ein paar gleich er war gedreht wir haben nur lappenkingen vielleicht ist auch futter gleich weg nur bin ich nicht wenn die leute ich habe alle das spiel verlassen so jetzt ist mein bau schon level 3 so lässt sich entspannt leveln erstmal durchgeschnitzelt weil die mission macht spaß sowieso ist eine verteidigungsmission aber diesen ort hier glaube ich habe ich noch nie verteidigt doch haben wir schon haben wir den ort hier nochmal verteidigt noch einer locker also ich weiß dass ich hier schon war aber in der verteidigungsmission locker glaube ich locker mal so ist er weg die Drohne das kann sein aber die Drohne ich sehe sie nicht mal ah da oben die Drohne das ist runtergefallen da liegt das ich hole es wieder ja Oxium kann man auch immer gebrauchen Pilton Probe jawohl kann man auch gebrauchen da ist einer hä die Gegner hüpft wie alle aus dem Loche der Decke ja ich mache da so ein Lech oder so da hinten drauf und dann kommen wir die Zeit oh Partie in der Mitte, Litze in der Mitte so jetzt ist meine Pistel auch level 3 und ich habe immer noch null Schuss damit gefeuert Alter ich muss jetzt natürlich dazu sagen die Mission hier ist schon ein bisschen unter unserem Level also zumindest bei Markus, wir und Crasher oh was ja für mich hier ist es gerade angenehm so Alter wie viel ist die da hin aber wenn da gerade mal so ein Alarm ist wo man ein paar tausend Granites bekommt warum nimmt man die denn nicht an und vor allem kann ich hier auch schön bei den neuen Waffen leveln weil das sind die Gegner doch so dass man sie vielleicht irgendwann tötet wenn man sie draus schlägt den höheren bisschen würde ich mit dem Bogen wahrscheinlich nicht aber hier irgendwie die Schilder dauerkriegen da oben liegt nur ein Haufen Loot oh was sind das das ist hier oben wieder die Drohne oder? ja zweiter sogar ja die andere ja Quelle besiegt wie viel Welle gibt es denn eigentlich? ah es ist verbleibend es steht verbleibend da ach so stimmt ja wer lesen kann aber theoretisch könnten ah ne das ist ein Alarm da können wir nicht verlängern ich wollte schon sagen oh fuck auf der Schwierigkeitsstufe hier könnten wir sonst verlängern weil das da würden wir auch 15 schaffen aber dadurch dass das ein Alarm ist können wir nicht verlängern so ich schreibe halt wieder die Wette auf haha das ist überall nur blaue Zahlen oh jetzt habe ich jetzt sogar meine Shotguard hier ein Level hochbekommen obwohl die schon 27 ist so boah der Hügel ist noch viel Party Fusionskern so jetzt sind die Drohnen wieder da oben jede Drohne das gleiche ey hier ist wieder eine Drohne da zack Drohne down aber auf der anderen Seite ist auch noch eine zumindest ist da hinten irgendwas ich glaube das ist gar keine Drohne da steht wieder irgendwas im Obergeschoss doch ist ne Drohne er macht den down guck unten links einer rechts hoppla voll in die Linie gerannt bei mitte auf vorher mit der mitte mitte das war jetzt gut das hätte ich auch wieder der ulti parat oder auch aus jetzt fängt so ein bisschen das rücker laden warum auch immer wenn was so viel und ich hätte dann daraus haus ich bin schon wieder ran voll mit energie und hier raus und direkt wieder voll jetzt hatte ich mein schwert nicht mehr benutzen jetzt wieder es ist auch irgendwie so back der letzte update dazu kam dass man manchmal auf einmal schwert nicht mehr benutzen kann und das kommt dann die ganze runde nicht mehr zurück so ein bisschen nervig der pack weil da kann man schon fast nicht mehr stealthen wenn man kein bogen dabei hat oder so weil man die leute nicht von hinten meucheln kann oder sein schwer zu benutzen drohen ist da und wir haben es geschafft glaube ich oder eine wende doch ja leute 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 ohne oder Ulti Ich auch Alter Soll von der Wende fast nichts mehr übrig sein nach zwei Ultis Ja Ich hab gleich wieder ne Ulti, ich brauch noch einmal Energie Da hinten liegt Energie Als erstes hab ich den Boss hier weg So, jetzt hab ich wieder Ulti Aber ich glaub wir haben keine Gegner mehr Oder? Nicht mehr viele Ah, noch viele Das war glaube ich unnötig Ja, und ich wollte noch mal der Ulti machen Super Ey, wie viele Dings hier Moche es hier gibt zu finden was Ja, Verteidigungsmission, das ist immer so Die sind perfekt, auch wenn du Materialien sammeln willst und so Eine Drohne noch Ja, da oben Alter, diese Drohne Ich hab hier drei Blitze gejagt, was los mit der? Uh, ich hab's gesammelt 12 Option Ich hab nur acht bekommen, das ist ja unfair Äh, 1000 Option Da oben ist wieder irgendwas Ich hab hier da nicht Drohne Oh ne, sogar noch zwei menschliche Gegner Jawoll Ha, ich hab mal am meisten Gegner getötet Ich bin jetzt schon Ich muss jetzt so sagen, ich hab hier grad 7 und 8 auf den neuen Waffen Eine machen wir noch, eine Runde Ja, aber das war's trotzdem mit der heutigen Folge würde ich sagen Ja Alter hab ich jetzt auch viel Level gemacht Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ja wenn wir da mal wieder den Mars ein bisschen weiter spielen Weil den Mars brauchen wir ja, um dann an unsere Plastizide zu kommen Und damit Leute würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal Servus und Ciao Ciao Ciao